Da die Lage bei den Schweinebetrieben aktuell ja sehr schlecht ist, wir sogar noch draufzahlen, haben wir uns entschieden einen anderen Weg zu gehen. Wir haben Strohschweine und vermarkten Fleischpakete vom Strohschwein direkt an den Endverbraucher und das klappt ganz gut. Die Nachfrage ist groß. Wir haben Betonspaltenbereich und einen Strohbereich, damit sich das Schwein selber aussuchen kann, wo es lieber liegen will. Im Sommer liegen die auch gerne mal auf den Betonspalten, weil es einfach schön kühl ist. Dann bekommen unsere Strohschweine kein spezielles Mastfutter, sondern sie bekommen einfach Zeit zum Batzen. Die Schweinegleich von unseren Strohschweinen hat eine sehr gute Qualität.